16 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte leben heute in unserem Land. Sie sind über Jahrzehnte nach Deutschland eingewandert. Wir möchten darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich heute, deutsch zu sein? Wer ist deutsch? Und wie können wir ein starkes Wir-Gefühl in unserem Land schaffen? Darüber möchten wir in unserer Fraktionsveranstaltung sprechen, mit neuen deutschen Organisationen und Politikerinnen und Politikern diskutieren. Und ich freue mich, wenn Sie einschalten und dabei sind.